was ich gedacht leute ich bin es wieder im röde am start leute ich bin wieder im röde am start und ja was ich muss noch mal vor neue wache bei jetzt nur noch ein paar leute yo freunde was noch mal ich bin wieder im röde an willkommen zu einem neuen video von mir und wir machen gleich ein neues musik leider eigentlich leute dieses video darf ich jetzt nicht aufnehmen weil ich bin ja deutschrapper also ich mache nur musik eigentlich aber leute wir machen also leute diese musik wird einfach zu 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 will zu will die kameramann stehen auch alle da was genau leute ich glaube ich leute ich könnte nur glaube ich mein instagramer sehen keine ahnung eigentlich folgt mir auf instagram im r r b a z also keine was genau 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 ihr könnt schon mich sehen leute was genau was genau was wir können jetzt bisschen hören weil ich gesungen habe dass das denke ich jetzt gleich das kurz kapital drang rolex original eine frau mit die titi titi bitte bitte wollen dass ich fahr'n jackelibikameron berlin bap 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 kapital drang rolex original eine frau mit ok leute bitte stehen auf para pahra und bitte stehen auf pahra stein kapital drang rolex original eine frau mit ok leute achte was ich geh jetzt meine haare machen adieu ja also diesmal habe ich schon kappen aber die frau mit bis zu spidermann ich habe einfach meine kappe verloren warum habe ich jetzt meine haare machen muss ich meinen sap trinken wisst ihr wieso ich habe ja auch nur kacke einfach so machen sauber ja das ist nicht umfährt nika und auf nika es geht nicht auf ich kann das den ganzen tag machen es geht nicht auf warte ja es geht auf wieso ich halt ein musikvideo mache wenn er ist das wieso ich halt ein musikvideo mache wenn er ich habe ja leider ziehe ich einfach durch ich halte nika es an brrrr und außerdem leitet das mein instagram ist sorry weiß aber nika mehr Ich bin zu einem verdammten König und will ich dumm sein, hm? Die haben nämlich beide angerufen. Ach so, ja stimmt. Herr Capuanta. Das ist heute April. Ich glaube, du posten. Oh mein. Leute, ich darf das jetzt nicht sagen, was ihr mir geschrieben habt. Aber guckt mal leider ganz kurz. Aufverschleben, Digga. Was ist denn? Sechs mal Jahre pranken, Leute. Sechs mal Jahre pranken. Jahren ist doch eine Fall am Spielen. Warte. Ich geh mal ganz kurz gucken mit euch, ob sie das Spiel ist. Und dann nervt sie einfach wieder hoch. Okay, ich sag mich wie. Okay, drei, zwei, eins. Das ist klingelt. Guckt jetzt, guckt jetzt bitte. Kannst du mal gucken. Ich hab jetzt verkackt. Keine Ahnung, ob das jetzt noch geht. Die ersten. Oh, Gott verdammt. Warte. Ihr zieht wieder meine Haare. Meine Haare. Warte, meine Haare. Ja, was geht ab? Was geht ab? Ja, was geht ab? Bro, mach doch nicht so. Status, deren. Oh, tschüss. Warte, du lauf. Oh, meine Stoffen ist ein Stein. Aber da ist jemand. Lauf, mich. Lauf, mich. Lauf, mich. Das ist jetzt so. Warte, meine Haare. Warte, meine Haare. Warte, meine Haare. Warte, meine Haare. Warte, warte. Super. Ich glaube, ich würde sagen, Leute. Ich mache jetzt gleich ein Video. Ich bin Broke und Pow.